Am 30. Juni und dem 1. Juli schaut die deutsche Triathlon-Szene wieder auf Grimma. Die 14. Auflage des Muldental-Triathlon, kurz MT3, wartet dieses Jahr unter anderem mit der Meisterschaft der Deutschen Jugend und Junioren auf. Bei diesen Meisterschaften haben sich rund 300 Sportler aus allen 16 Landesverbänden angemeldet. Die Teilnehmerzahlen können sich auch wie im letzten Jahr sehen lassen. 26 Teams waren 10 Tage vor Start im Bike24-Team Triathlon gemeldet. Dazu kommen rund 90 Einzelstarter beim NWRM Light. Beide Rennen gehen in die Wertung des IKK Classic Firmencups ein, wo sich wieder die sportlichsten Firmen und Verwaltungen messen können. Stadtverwaltung, OEWA, IKK und WIP führen ebenfalls wieder eigene Teilnehmer auf die Strecke. Die beiden Läufe stellen das Finale am Sonntag. Gestartet wird an der Mulde zum Schwimmen um 13.15 Uhr. Die Strömung der Mulde ist bei den Wettkämpfern bestens bekannt, aber durch ihr aktuelles Niedrigwasser war sie 10 Tage vor dem Triathlon sehr gering. Los geht es am Samstag um 15 Uhr mit dem Einschwimmen der Deutschen Meisterschaft der Jugend B-Weiblich. Letzter Start der Junioren ist um 18.10 Uhr. Sonntag beginnt es bereits um 8.45 Uhr mit der Mixed Team Rally. Der Triathlon in Grimma avanciert mittlerweile unter den Top Ten in Deutschland und hat sich herumgesprochen. Vernetzung und Vertrauen innerhalb der rund 250 Helfer machen den Triathlon Jahr für Jahr erst möglich, würdigte Berger die organisatorischen Abläufe im Hintergrund.